Ich finde, das ist erstaunlich gut gelaufen. Natürlich hätte ich ihm nichts gesagt, aber deshalb ist es so befreiend, ich zu sein. Du kannst dich noch auf einiges freuen, Bats. Ich muss rausfinden, was Barbara passiert ist. Sie haben die Kameras am Uhrenturm ausgeschaltet, um ihre Spuren zu verwischen. Wenn ich mich in das öffentliche Kamerasystem hacke, müsste ich alle Zugangspunkte zum Gebäude überwachen können. Das bringt nichts. Ich muss herausfinden, wer Barbara entführt hat und wohin sie sie bringen. Nein, das bringt nichts. Ich muss herausfinden, wie Barbara entführt wurde. Das ist der Arkham Knight. Er hat Barbara. Ich muss herausfinden, in welchem Auto sie steckt. Da. In diesem Fahrzeug wurde Barbara weggebracht. Diese Reifen sind Amatec D60er. Ich kann das Batmobil dem Reifenprofil folgen lassen. Es wird mich direkt zu Ihnen führen. Wenn ich so darüber nachdenke, woher wusste Scarecrow, dass er sich um deine IT-Abteilung kümmern muss? Ich hatte keine Ahnung, dass sie für dich arbeitet, als ich sie anschoss. War wohl Glück. Ernsthaft? Ich habe auf Ihren Kopf gezielt. Ah, hätte ich doch nur eine Videokamera gehabt, als ich Barbara von den Füßen holte. Der arme alte Jimbo muss sich mit einer Diashow begnügen. Wir werden eine Bombe brauchen, um seine Kabel auszuschalten. Die Reifenspuren werden mich zu Barbara führen. Dazu kann ich den Forensik-Scanner des Batmobils benutzen. Erfrit, ich will den Namen des Arkham Knights. Ich auch, Master Blues. Er hat sich den Namen aus einem bestimmten Korrend ausgesucht. Und wo sollen wir anfangen? Arkham City. Durchsuche die Akten von jedem Insassen, der nach dem Tod von Hugo Strange entlassen wurde. Und Alfred. Sir? Sie wussten von Barbara. Aktiviere die Sicherheitsprotokolle der Bat-Höre. Bitte bleib wachsam. Ich habe Oracle, Batman. Jetzt wirst du wissen, weil ich bin. Du musst mich nur finden. Du bist Gotham groß. Und zwischen uns steht eine ganze Armee. Ich bin bereit für dich. Alfred. Die Miliz hat ein Gerät abgesetzt. Tief in der Straße vergraben. Ja, ich sehe es. Ähnliche Geräte werden in der ganzen Stadt aufgestellt. Ich überprüfe das. Volk an der Zentrale. Da ist ein Sprengsach der Milit auf dem Bahngelände. Mein Gott, es ist gleich neben dem Revier. Das ist eine Bombe mit schwerer Panzerung. Oh je. Sollten Sie sich in dem Fall nicht vielleicht etwas entfernen? Ich werde den Fernzugriff mit dem Bat-Computer einrichten und jeden Virus benutzen, den wir haben. Sobald wir drin sind, kann ich den Kern mit einer kontrollierten Explosion unschädlich machen. Sehr wohl, Sir. Aber die Miliz hat bereits einen Zug unbemannter Panzer ausgesandt, um sie aufzuhalten. Werden Sie nicht. Sir, der Virus destabilisiert das Gerät. Wenn Sie sich zu weit entfernen und die Verbindung verlieren, wird die Explosion alles in einem Radius von 10. Das ist vernichten. Wie Sie vorhergesagt haben, Sir. Wir werden das Gerät entschärfen. Die angeforderten Drohnen wurden aktiviert. Die Bomben sind aktiv bei einem Sargent. Sie sind unsere Versicherung. Ich weiß. Ich erlebe die. Unter Beschuss. Begeben Sie sich in der Reichweite der Bomben. Sie explodiert. Begeben Sie sich in der Reichweite der Kommission. Batman hat eine Drohne zerstört. Dafür bezahlt ihr. Rattler getroffen. Diese Maschinen sind unermüdlich. Im Gegensatz zu dir gehen sie nie auf. Sie zögerlich, sie halten sich nicht zurück und sie haben keine Angst vor dir, Batman. Ich hab ihn! Mehr Drohnen offline, was zum Teufel? Die Sprengladung der Woffel ist frei. Mit Hilfe der Binde kann ich eine kontrollierte Explosion auslösen. Glaubst du etwa, das war es schon, dunkle Wetter? Ich habe diese ganze Stadt besch... Sprengstoff versehen. Wenn du versuchst, die Bomben zu entschaffen, bekommst du es nur noch mit mehr Drohnen zu tun. Ich habe jahrelang darauf gewartet und niemand wird mir das nehmen. Wenn es jemand versucht, bleibt nur ein Krater zurück. Sir, diese Warnung wurde auf einem offenen Kanal gesendet. Ich vermute, der Arkham Knight möchte eine Einmischung von außen verhindern. Ich sollte der Spur des Arkham Knight folgen. Weg hier, sonst kriegt er uns! Keine Chance! Oh Mist, erst hält er uns her! Gib Gas! Alfred, die Spur des Arkham Knight führt nach Neaghani Island. Senke die Mercy Bridge. Ich kann nichts, Herr. Wir sind ausgesperrt. Die Milizen müssen die Steuerung des Transportnetzwerkes angezapft haben. Ich brauche ihren Zugangspunkt. Gut, ich verfolge den Verkehr und anscheinend wurde er komplett umgeleitet zur Grand Avenue Station. Dann müssen sie dort sein. Ich werde zu Fuß weitergehen und ihren Zugangspunkt übernehmen. Ich melde mich, wenn du die Brücke senken kannst. Vorsicht, Sir. Miaghani Island ist voller Drohnen und Soldaten der Miliz. Die Milizen sind voller Drohnen und Soldaten der Milizen. Such deine Verbündete, falls du es schaffst. Jetzt darf meine Armee die Stadt kontrollieren. Hört zu Männer, wir kontrollieren die Brücken, aber Batman ist anpassungsfähig. Bleibt wachsam. Achtet auf den Himmel. Die Brücken, die Brücken, der Chor, der einen Schwer Mirza. Der Schwer Mirza Anruf ist tschuldig. Der Schwer Mirza Anruf hat dich kontaktiert. Der Schwer Mirza Anruf hat dich kontaktiert. Auf der Grand Avenue kommen! Ich denke, das wird ein ganz besonderes Halloween. Hier wimmelt es nur von Milizen des Arkham Knight. Ich muss sie loswerden und den Zugangspunkt finden, von dem aus sie das Transportnetzwerk hacken. Eine fliegende Kamera mit Elektroschocker. Gott, die werden wir brauchen. Glaubst du, er kommt? Ich weiß es. Der Arkham Knight hat seine Freundin entführt. Er ist wir dran! Thornton, der ist im Garten! Ziel, beweg dich! Ich brauche Hilfe! Ziel in Bewegung! Kommt auf meine Position! Hi, Diddle-Diddle-Detektiv! Ich sehe, du hast begonnen, deine schwächlichen grauen Zellen an meinen Rätseln zu messen. Ich hatte viel Zeit, sie mir auszudenken, Batman, als du mich geschlagen und gediebte ich den Arkham City zurückliest. Ich bin der Riddler-Batman. Ich toleriere keine Erniedrigungen. Ich zahle sie zurück. Höse meine Rätsel, wenn du es kannst. Sie wissen später... Zwei weniger! Lasst euch nicht auseinandertreiben! Achtet auf die Flanken! Schaut nach oben und nach unten! Er ist schnell! Aufhören von Gaff! Wir haben die Kammer erledigt! Geh nicht ins Licht, Bruce! Das ist nicht fair! Die lassen mich da nie rein! Nein! gelangen zu wollen. Das war alles? Ein Feuerlöscher? Ich sollte mal damit nicht runter. Wer ist das? Hier drüben. Ich habe einen gefunden. Der ist vollett. Wo befindet ihr euch? Im Garten. Ich habe ihn später in meiner Position. Wo? Ich sehe ihn beim Aufsichtsturm. 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 Ich wäre es, Batman. Ich habe nichts anderes erwartet. Jetzt, da die Männer des Arkham Knight erledigt sind, kann ich ihr Uplink-Terminal benutzen und die Brücken senken. Ist das nicht Barbaras Job? Ach, stimmt. Bei all der Aufregung hätte ich das fast vergessen. Glaubst du ernsthaft, der alte Jim vergibt dir, wenn du sie rettest? Er ist nachtragend, Bats. Was? Ich weiß das. Alfred, ich habe die Brückensteuerung reaktiviert. Wunderbar. Ich starte das Netzwerk jetzt neu. Verkehr, Scarecrow. Zeit, deinen wahren R2 entgegenzutreten. Batman. Oh je, ist das der, für den ich ihn halte? Enigma. Melde dich, sobald die Brücke bereit ist. Löse das Netz. Warum besucht Batman ein verlassenes Weißen aus? Eddie Sixer, du verwechselst mich mit Robin. Der Große und ich sind uns gar nicht zu leicht. Oh, oh, ich weiß! Wegen dem, was seiner Katzenfreude passieren wird, wenn er nicht rechtzeitig ankommt. Schockiert, Dunklerinnen? Erstaunt? Das hast du nicht erwartet, oder? Weil du mir nicht gewachsen bist. Edward, Enigma, Derrick und ihr Intellektuellen überlegen. Dachtest du ich halb nicht, dass unsere letzte zusammenkommt, Dunklerinnen? Du hast mich gedämt. Dieses Mal wirst du mal nicht schlagen. Völlig unmöglich. Du kannst es nicht. Ich habe schon gewonnen. Ich belechne deinen Versuch meine Rätsel zu lösen. Ich werde triumphieren über deinem Leichnablauf. Und während in deinem beschränkten Geist endgültig alle Richter ausgeben, wirst du nur daran denken können, die ich dich besiegt habe. Komm zum Weißenhaus, Indentiv. Oder sich sterben. Oder sich sterben. ARD Text im Auftrag des ZDF für funk, 2017